Ich will den Malayka schürzen. Mit einem Foto von der Malayka. Ja, ist sehr schön. Ich will das mit den ganzen Freunden. Mit den ganzen Freunden. Ich auch. Ich auch. Ne, du setzt dich hin. Der Korn. Schön. Welche Farben seht ihr da im Schloss? Ich weiß nicht. Welche Farben? Was noch? Ich weiß nicht. Justin, was siehst du da oben? Grün. Grün, ja. Rot. Genau. Ja. Schön. Ja. Guck mal. Ja. Weiß. Weiß. Genau. Malayka, wer hat den denn gebacken? Die Mama? Ja? Die hat gleich gebacken. Super. Später. Wir machen eine nachher. Zeig ich euch Bescheid. Dann machen wir eine lange Geburtstagtafel. Stefan, was haben Sie gesagt? Malayka. Was machen wir nachher? Eine? Geburtstagtafel. Geburtstagtafel. So. Und nachher feiern wir den Geburtstag von der Malayka am Tisch. Okay. Und dann werden wir diesen leckeren Kugel anschneiden. Und essen. Ich will so rein. Tschüss. Tschüss.